Am 17. August dieses Jahres veröffentlichte meinbezirk.at kurz vor 21 Uhr einen Artikel, in dem Gesundheitsminister Mückständ davon sprach, dass die 1G-Regel ab Oktober 2021 in der Gastronomie und bei Veranstaltungen vorstellbar sei. Dies würde bedeuten, dass dann nur noch Geimpfte Zutritt zu Restaurants, Konzerten und diversen anderen Veranstaltungen hätten. Gleichzeitig mit dem Artikel startete meinbezirk.at eine große Meinungsumfrage bzw. Abstimmung mit der Frage Bist du für die 1G-Regel ab Herbst? Und das Ergebnis, dass für die Corona-Maßnahmenpolitik der österreichischen Regierung absolut niederschmetternd ist, ist total eindeutig. Bis Samstag 18.30 Uhr, also knapp vier Tage später, hatten bereits über 135.000 Menschen an dieser Abstimmung teilgenommen. 128.450 Menschen, also 94,19% sprachen sich gegen die 1G-Regel aus. Lediglich 5,55%, also 7.568 Menschen dafür. Wenn das nicht ein eindeutiges Zeichen dafür ist, dass die österreichische Bevölkerung der Maßnahmenpolitik der Regierung eine deutliche Abfuhr erteilt, was dann? Man darf schon jetzt gespannt sein, wie die österreichische Regierung auf diese Absage seitens der Bevölkerung reagiert, falls sie darauf überhaupt reagiert. Falls ihr ebenfalls an dieser Abstimmung teilnehmen wollt, findet ihr den Link dazu in der Videobeschreibung. Einen schönen Tag noch und viel Kraft in dieser schwierigen Zeit wünscht euch Walter vom Videokanal Das Recht auf Wahrheit.